Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuersten Let's Play, The Last of Us. Ja, ich bin hier wieder mal hinten dabei, weil ich wieder mal quatschen muss, ist doch eh klar. Ich brauch Deckung! Okay, sie sind drüben. Eigentlich sollten wir uns die gleich schnappen, aber erst mal schauen, dass wir hier ein paar Sachen finden. So. Oh man. Alter, das hat der gut gemacht, eh. Ich hab irgendwie gewusst, die kommen von hinten hier, ja. Aber ja, was soll man tun? Wir sind hier ruhiger, ein bisschen leiser. Wir freuen uns, dass einer gerade gestorben ist von den Gegnern. Und legen halt nochmal los. Ich brauch Deckung! Ich brauch Deckung! Okay, fertig! Ah, den hätte ich gerade jetzt heilen können, eigentlich. Okay, sie kommen. Zwei Leute. Oh man. Okay, fertig! Oh man, ey, hat der die scheiß Waffe hier. Das gibt's ja normal nicht. Ja, das ist heute mal eine fehlhafte Runde, ne. Dass wir das gar nicht gut tun, ne. Fertig! Wenn ich das jetzt nicht schaffe, umzureißen hier. Fertig! Fertig! Aufpassen! Jawoll! Schauen wir mal, dass keiner von hinten hier kommt. Ich kann doch nicht sonnen. Ja, verdammte Scheiße sind die Kumpel. Okay. Ja, es läuft heute gar nicht gut, Leute. Ich werde hier niedergemetzelt. Ja, gerade in so einer guten Runde wie heute, würde ich mir wünschen, ich könnte mit einem von euch zocken. Also wenn ihr The Last of Us habt, ja. Und eventuell auch Teams Pick 3, dann meldet euch bei mir. Schreibt mich einfach auf Facebook an oder hier direkt auf YouTube, ich werde euch antworten, ja. Leute, ich sag's mal so, ich brauche euch. Fertig. Fertig. Ausrücken. So, denen konnten wir leider nicht mehr helfen. Aber wir brauchen Munition. So, verschanzen wir uns mal ganz kurz hier. Mal sehen, ob das klappt. Ja, da wäre ja wirklich zu geil. Oh, locken wir ihn herein. Hm. Mein Wunsch will nicht so ganz aufgehend. Okay. Ziel getroffen! So. Einen haben wir. Jawoll. Jawoll. Das heißt, der wurde nicht geheilt. Moment. Okay, fertig. Das sind 10 Schuss lieber als 2 Schuss in der Stufe 2. Oh Mann ey, wie kann der so viel Leben haben hier nach der Bombe? Sagt mir das. Sagt mir das. Meine Strategie ging ja eigentlich auf. Und jetzt bringt mir die Munition auch gar nichts mehr, ey. Scheiße. Oh, sorry. Sagt mir nicht. Ich weiß. Sehr unprofessionell jetzt von mir heute, dieses Let's Play. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, einen neuen Schuss haben wir noch. Jetzt müssten wir etwas intelligenter hier arbeiten. Oh Mann. 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 Oh Mann! Oh Mann. Ich kann dich heilen, ey. Bleib bei mir. So, einen haben wir hier wieder. Ich brauche Medizin. Deckung, los! Wow. Der ist aber zum Tod. Ich zwar auch, aber das war's mir schon drüber. Oh, sudden death. Das heißt, für mich war's hier gelaufen, ja. Ich glaube nicht, dass unsere zwei Amigos hier noch viel umbeißen können. Aber so auf jeden Fall auch. Wirklich nicht. Oh. Gar nicht blöd. Gar nicht, gar nicht blöd, der Typ. Einer weniger. Sehr schön, aber es wird sie, glaube ich, nicht ganz retten. Hier sieht man auch, wie er sich verbindet. Schauen wir uns mal um. Hier kommen schon die Nächsten. Sie warten hier zu zweit. Doch unsere Freunde flüchten. Oh, jetzt sind sie ja schon zu dritt. Das könnte klappen. Er muss nur genug Zeit vergehen, ja. Es sind beide jetzt im sudden death. Einer sieht hier seine Chance. Der weiß entscheidend ziemlich genau, wo sie sind. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Alles wieder okay. Was kann da anderes hin? Ausrücken. Oh mein. Einer weniger. So schnell kann das Alarm manchmal gehen. Leider. Aber vielleicht beim nächsten Mal eine etwas bessere Runde. Man sieht sich Leute. Bye, bye.